Ich habe nie meine erste Runde auf Koppel gefahren. Ein Axelotel, endlich! Ich habe... So, vor lauter Reden habe ich es jetzt in Planks umgecraftet. Och nö. Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Und zwar zu einer neuen Folge von der Survival Welt. Ich hatte ja, als ich kein Internet hatte, hatte ich ja schon mal eine Folge hochgeladen. Aber ja, jetzt machen wir endlich die zweite Ich hatte zwar schon eine zweite aufgenommen Aber ich weiß nicht, wo ich die habe Deswegen nehme ich jetzt einfach hier nochmal Eine neue Folge auf Mit dem Stand, der aktuell da ist Und ich würde sagen, wir legen sofort los So Ich bin jetzt auch nicht mehr gerade So ganz auf dem aktuellsten Stand Es scheint Nacht zu sein Ja, es ist Nacht Dann lege ich mich einfach mal ins Bett Das ist doch schön, jetzt haben wir endlich wieder Tag Oh, da hinten brennt ein Skelett Ach ja, wir spielen auch ohne Cooldown Das ist schon mal super Und ich habe mein Lieblingstexture-Pack wieder enabelt Unser Feld ist fast voll gewachsen Interessant Hey, Skelett Unter Bäume laufen, ist hier verbunden Ich frage mich, warum ich die Fenster zugebaut habe Erstmal Oh, was habe ich eigentlich? Ich habe sogar Moos Geil Ich habe gar keinen Stein Dann mache ich mir eine Holzschaufel Zack Aber diese Uhr, die sieht so nice aus So, jetzt haben wir hier auch mal Fenster Die Frage ist, wieso habe ich mir eigentlich kein Glas gemacht? Ich habe doch Sand Hä? Das macht keinen Sinn Was habe ich denn hier? Okay, richtig viel Erde sehe ich Ein Tropfsteinblock Kupfer Eisen Das sieht ja mal ganz gut aus Oh, hier ist auch noch Eisen Das ist gut Hier wollte ich jetzt aber eigentlich Sand reintun Ich mache jetzt hier erstmal sechs Sand rein Glas, super Und Brot Werkbank Ein bisschen Brot Und, äh, ja Glasscheiben kann ich mir noch nicht machen Aber dieses Haus sollten wir auch mal anders bauen Auf jeden Fall sehe ich, dass wir hier an einem richtig geilen Standpunkt hier wohnen An einem Berg Ruhe, Vorsicht Nein, 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 nein Ich will hier oben bleiben Uh Ja, da unten sehe ich Kohle Tropfsteine Das sieht ja mal alles recht cool aus Uh Das war knapp Und Wir sind wieder oben Ich war jetzt auch schon lange nicht mehr in der Welt hier Wir sind jetzt auch endlich in der 1.19 Weil für die 1.19 ist Optifine rausgekommen Äh, ah ja Sechs Glas Kann ich die nicht alle auf einmal kompostieren? Dann Zack Ups Ich hoffe, ich habe hier verbundene Texturen Nein, ich habe keine verbundene Texturen Moment, das muss ich überprüfen Oh no Wie kriege ich verbundene Texturen Einen Moment, Leute Einmal neu laden Und bam Schon haben wir verbundene Glastexturen I love it Das sieht richtig nice aus Und wenn ich es richtig gesehen habe Ja, dann haben wir jetzt auch hier so schöne Texturen überall Ach, ich liebe dieses Pack einfach Ich kann euch den Link hier mal in die Beschreibung packen So Was wollen wir denn machen? Erstmal unser Feld ernten Hier Oh ja, das Pack macht alles gleich viel schöner Schaut euch das an Jetzt ist das Gras sogar hier schon So richtig schön Dann würde ich mal schauen Wie spät ist es denn? Okay Ich glaube es ist jetzt Wie spät ist es jetzt gerade in Minecraft? Ich glaube es wird bald Abend Okay, weil ich hätte gerne das Haus einmal umgebaut Aber das machen wir dann am nächsten Minecraft Tag Oder vielleicht auch erst in der nächsten Folge Ich hole mir jetzt hier mal ein bisschen Holz Von den Bäumen Einmal bitte Setzlinge Hallo Setzlinge Jetzt habe ich einen Apfel Aber kein Setzlinge Ich will aber meine Beine nachpflanzen Oh, das ist ein neues Schafel Setzlinge Ich habe immer noch keinen Setzlinge Ah, doch hier Das ist ziemlich mau Aber bis jetzt gar nichts Oh yes, hier ist noch einer Schafel Ich habe eine Schere Oh Die ich gerade weggeworfen habe Zack Boah, das Birkenholz sieht aber auch echt schön aus Hier noch ein Setzling Wo ist er? Hallo Setzling Ach hier Ah Bam Oh, jetzt noch einer Nice Den mache ich hier hin Dann haben wir jetzt 20 Eichenholzstämme Auch gut Unser Weizen wächst Was ist hier hin? Oh mein Gott Wir haben hier einfach einen Dschungel Das ist da heiß Äh, MLG Pro Äh, MLG Pro Anson Ansonst Hier ist normales Eichenzeug Hier läuft mein Wasser lang So kann man easy das Gras hier entfernen Zack Oh Oh Zack Egal Egal Das wird jetzt nämlich schon Abend Gehen wir mal lieber zurück zum Haus Seit wann haben die hier die Türen verändert Seit wann haben die hier die Türen verändert? Da ist nicht mal mehr ein Griff Von der Seite auch nicht Das ist komisch Das ist komisch Ja, die Uhr sagt, die Sonne geht unter Aber ich kann doch nicht schlafen Okay, das Dann kompostiere ich nochmal schnell noch ein paar Weizenkörner Ja, das ist dein Dann Das ist complimentary Jetzt ist die Sonne untergegangen und der Mund auf da hinten Ich schätze mal, jetzt kann ich gemütlich schlafen gehen Gute Nacht Ah Leute, und das war's auch mit dieser Folge von Minecraft mit Anton oder Meines soeinen Welt, wie auch immer ihr es nennen wollt und ja, ich hoffe es hat euch gefallen, wenn ja, dann lasst gerne ein Like oder kostenloses Abo, um keine weiteren Folgen mehr zu verpassen. Das ist BeantwoTV und ciao!